Okay, ich darf nie Ja oder Nein sagen, auch wenn es das eigentlich die offensichtliche an. Ja. Bist du bereit? Janik, dann laufen deine 90 Sekunden ab jetzt. Hallo Janik. Hi. Geht's dir gut? In der Tat. Hast du im März Geburtstag? Das ist richtig. Ich dachte irgendwie im Mai. Falsch. Also am 13. März? Korrekt. 94. Noch mal? 94? Genau. Also bist du 23 Jahre alt? Falsch. 25 Jahre alt. Richtig. Habe ich jetzt verstanden, ging schnell, oder? Sehr schnell. Was darfst du bei diesem Spiel noch mal nicht sagen? Zwei Wörter. Ist dir veganes Leben wichtig? Sehr wichtig. Isst du kein Fleisch? Niemals. Und kein Käse? Nie wieder. Manchmal ein Ei? Never. Ich bin gut informiert, oder? Sehr gut. Hast du letzte Saison zwei Hütten gemacht? Leider nur zwei. Gegen Augsburg und? München-Gladbach. Sicher Gladbach? Doch. Nicht Leverkusen? Eigentlich auch. Und sechs Assists? Da war noch mehr drin. Das ist eigentlich aber nicht so schlecht, oder? Ist okay, aber noch steigerungsfähig. Und willst du diese Saison mehr Tore machen? Genau. Auch im Pokal? Ebenfalls. Magst du den Pokal? Sehr. Nach Berlin zu fahren wäre schon mal wieder geil, oder? Ich war leider noch nie dort. Gut? Wieso gleich? Ich war leider noch nicht so schlecht, oder? 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 Bis zum nächsten Mal.